so dann haben wir diesen airbrush oder sprüh pistole hier kann ich schauen da kann ich das bisschen größer einstellen noch mal eine andere farbe wieder und wenn man hier drückt dann sieht man schon das ist hier wie so eine schlange und je nachdem wie oft man über einen bereich drüber geht desto intensiver wird dann entsprechend die farbe man kann hier den effekt natürlich viel besser einstellen wenn man hier keinen harten übergang hat sondern weichen dann sieht es nämlich wirklich so aus als würde man mit so einer sprüh pistole über die leinwand fahren und da wo man praktisch öfters drüber geht da intensiviert sich die farbe dann entsprechend hier gibt es noch andere schöne effekte also als ob die farbmischung beim airbrush nicht ganz flüssig war und dann spritzelt er da mehr so hin und da gibt es natürlich noch andere andere effekte die man hier dann noch entsprechend verwenden kann wie gesagt hier auch wieder von der größe her dass man einstellen kann seitenverhältnis damit das ganze dann im kreis sieht man dass er da hat man dann wieder mehr fast so ein oval